Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Gegen? Der Gesandte Allahs ist. Der Gesandte Allahs ist. Der Gesandte Allahs ist. Und also, wir machen nochmal auf Deutsch. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Genau. Alhamdulillah, jetzt sind sie im Islam drin. Jetzt muss ich sie erstmal umarmen, okay? Ich bezeuge, es muss ich sie erstmal umarmen. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs is. Untertitelung des ZDF, 2020